Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonus-Folge, der traditionellen Oscar-Bonus-Folge des Nerding und Niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Herz gegen Stefan und ich habe wieder meine Lieblings-Filmkritikerin überhaupt als Gästin dabei, nämlich die Jasmin. Hallo! Hey, hi! Wobei ich betreibe ja gar nicht so viel, ich sag mal, Filmkritik öffentlich, weil wir reden jetzt einmal im Jahr drüber und ansonsten habe ich ab und an mal Meinungen im Podcast. Da habe ich gleich eine Frage, die du vielleicht meinungsstark beantworten kannst. Wir sind letztes Jahr ja damit eingestiegen, dass wir uns unterhalten haben, was überhaupt so der Sinn ist von den Oscars. Braucht man das überhaupt noch und generell braucht man Filmpreise und so weiter und so fort. Und dieses Mal stelle ich die Frage aber ein klein wenig anders und zwar, wir reden auch jetzt am Anfang ganz kurz über die Goldene Himbeere und da frage ich doch einfach mal, auch weil du natürlich als Community-Managerin und PR-Tante sozusagen total in der Materie drin bist, ist denn schlechte Werbung auch gute Werbung? Also braucht es denn auch Negativpreise wie die Goldene Himbeere? Ich glaube nicht, dass es die wirklich braucht. Also natürlich kann man prinzipiell mit Negativpreisen auf irgendwas aufmerksam machen, aber die Goldene Himbeere speziell jetzt, an der liegt mir gar nichts. Also es ist halt oft irgendwie ein paar Dudes, die starke Meinung über Filme haben, finden Sachen schlecht und haben sich einen Preis ausgedacht, der unerklärlicherweise Aufmerksamkeit bekommt. Also ne, würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie notwendig ist. Also natürlich, man kann Aufmerksamkeit erlangen, indem man irgendwie Negativpreise verleiht, aber die werden halt oft dann auch ironisch gefeiert. Also keine Ahnung, irgendeinen Preis über Sexismus oder was auch immer, wie weiß ich, diese Gurke des Jahres, irgendwas in die Richtung, wird das entweder ironisch abgefeiert oder komplett ignoriert. Also es braucht halt schon die Aufmerksamkeit für einen Negativpreis, um wirklich einen Missstand hervorzuheben. Und da ist dann, glaube ich, Recherche und Wissensvermittlung irgendwie anders machbar, als das als ein Awardshow aufzuziehen. Also ich sehe es jetzt wirklich nicht als super wertvoll an. Da lässt sich bestimmt was anderes machen mit dem Aufwand, mit der Energie, die man in sowas reinstecken könnte. Unter anderem halt Dinge positiv hervorheben oder eben seine Kritik auf eine Weise vortragen, Leute, erreicht. Das hast du schön gesagt. Gibt es aber vielleicht generell einen Film, den du dieses Jahr oder besser gesagt letztes Jahr gesehen hast, wo du sagen würdest, der ist so schlecht, der hätte denn einen Negativpreis verdient? Ich habe mir gar nicht so die Mühe gemacht, schlechte Filme anzusehen. Also wenn ich gehört habe, dass sie schlecht sind, dann habe ich sie in der Regel gemieden. Ich habe mir jetzt für diese Episode Top Gun angeguckt. Das ist schon einer, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, aber ansonsten Oscarskleid für absolut Basics des Verständnisses von Transidentität, die komplett als Problem dargestellt wird. Deadnaming eines Charakters im Titel. Also ein klares, so muss man es nicht machen. Aber dennoch eben für den deutschen Film ist das halt die Beschäftigung mit dem Thema jetzt. Und das ist dann eben so eine Familiendramödie. Und am Ende lernt der Vater eine Lektion darüber, dass man doch ein Mensch sein sollte zu seinen Kindern. Und ich glaube, ja, es ist vielleicht ein Punkt, dass man Leuten beibringen sollte, dass transse Menschen Menschen sind. Und auch wenn das eigentlich überhaupt kein diskutabler Punkt sein sollte. Aber ja, es geht so viel besser. Und deswegen ein, da sind aber Fördergelder verschwendet worden, Preis dafür. Du hast ja schon Top Gun genannt. Der ist ja nachher bei den Oscars auf jeden Fall dabei. Und so ich das richtig sehe, ist der auch sechsmal nominiert worden. Wir gucken nachher mal wo unter anderem. Ich habe tatsächlich einen Film gesehen, den hätte ich auch, ohne dass ich jetzt diese Liste angeguckt habe, als schlechtesten Film letztes Jahr irgendwie gewankt. Und er ist bei der Goldenen Himbeere sogar dreimal nominiert. Nämlich Jurassic World, ein neues Zeitalter. Da hat mich leider meine Freundin reingezwungen. Und er ist echt nicht gut. Für so tolle Sachen wie zum Beispiel, ist er nominiert, schlechteste Neuvorfilme oder billigster Abklatsch. Schlechtestes Drehbuch, absolut. Absolut. Aber er hat Dinosaurier, oder? Aber viel zu wenig. Also, ich meine, das ist ein Dinosaurier-Film, in dem die Dinosaurier eine Nebenrolle spielen. Also, das ist ja traurig. Und schlechteste Schauspielerin für Bryce Dallas Howard. Mal gucken, wer das ist. Ach, das ist die Hauptdarstellerin. Ach, den Schufschicht waren die gar nicht im Verhältnis. Da war die Regie viel schlechter, aber okay. Ja, die sind halt oft auch sehr, ich würde mal sagen, ungenedigt zu Schauspielerinnen und Frauen im Allgemeinen bei den Goldenen Himbeeren. Auch das ist ein Grund, warum ich den Preis etwas unsympathisch finde. Was mir so auffällt, ich lese sehr gerne und schaue auch auf YouTube beispielsweise sehr gerne Filmkritiken. Auch für Filme, die ich jetzt nicht unbedingt selber gucke, aber einfach aus Interesse, wie die das so machen. Vielleicht kann man sich ja irgendwie eine schlaue Formulierung mal abgucken, um sie selber im Podcast zu verwenden. Und von den ganzen Sachen, die hier nominiert sind, sind ganz wenige Sachen dabei, die wirklich 100% schlecht sind. Wo ich das Gefühl habe, hier wird wirklich der schlechteste Film des Jahres nominiert. Sondern es sind alles Sachen, die, oder nicht alles, aber fast alles Sachen, die alle eher so okayisch sind. Aber nichts, was wirklich 100% schlecht ist. Es ist halt Mainstream-Kino, was da besprochen wird. Da gibt es natürlich irgendwie meistens irgendwas da dran zu haben. Und oft ist die größte Sünde halt, dass es irgendwie langweilig ist und eine Erwartung nicht erfüllt. Und es ist auch okay, wenn jetzt zum Beispiel keine Studierendenfilme, die halt einfach Lehrstück sind, dafür nominiert werden oder sowas. Oder irgendwelche Kleinstprivatprojekte, wo Leute halt einfach aus Spaß einen Film drehen. Auch wenn eben da eventuell ja auch die Qualität gar nicht so hoch ist, wenn man sie jetzt auf irgendeine Skala zu setzen versucht. Um vielleicht wenigstens mal so die Top-Filme in Anführungszeichen, oder besser gesagt, die Flop-Filme in Anführungszeichen zu nennen. Die meisten Nominierungen hat bekommen mit 8 Stück Blond. Was ich sehr interessant finde, weil das war ja auch so ein bisschen so ein Oscar-Prestigeprojekt. Und bei den Oscars ist dann bloß eine Kategorie nominiert worden, nämlich die beste Hauptdarstellerin. Dann Good Morning 7, das sagt mir gar nichts. Pinocchio, und zwar der sehr schlechte von Disney und nicht der sehr gute von Del Toro, der nachher im Oscar-Rennen dabei sein wird mit 6. Morbius, da habe ich nur ganz viele schlechte Memes irgendwie auf Twitter mitbekommen. Das ist doch exakt die Art von Kategorie, wo sich das befinden soll. Also Morbius hätte von mir alle Preise bekommen. Das ist die Kategorie, für das es angetreten ist. Und ja, dann wären wir alle zufrieden. Und ja, Blond mochte ich auch sehr nicht. Da hatte ich das Gefühl, dass da eine große Verachtung für die Figur besteht, die besprochen wird. Und dann, wie schon gesagt, Jurassic World, ein neues Zeitalter, drei Stück, The King's Daughter, drei Stück. Dann zweimal 365 Tage, jeweils zwei Nominierungen. Elvis mit zwei Nominierungen, was interessant ist, denn bei den Oscars hat Elvis acht positive Nominierungen. Und The 355, wieder perfektes Englisch, ich weiß schon, auch zwei Nominierungen. Naja, naja, da war mehr Potenzial. Aber gut, wir haben die schlechten Sachen. Gehen wir doch mal zu den guten Sachen. Da gibt es ja wieder tausend Kategorien. Und fangen wir doch einfach mit irgendeiner Kategorie an. Ich glaube, wir machen das wie bei den richtigen Oscars. Die ganz tollen Kategorien, Anführungszeichen, machen wir zum Ende. Wir beginnen bei den eher technischen Kategorien. Welche hättest du denn gerne am Anfang? Ich habe hier, sagen wir mal ganz ehrlich, die englische Wikipedia-Seite auf und ich gehe von unten vor. Und das heißt, wir sind bei besten Spezialeffekten. Best Visual Effects. In Ordnung. Das scrolle ich einfach ein bisschen. Ja, ich habe sie gefunden. Cool, cool. Ja. Genau, nominiert. Im Westen nichts Neues. Avatar, Ray of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever und Top Gun Maverick. Ich glaube tatsächlich, das ist die einzige Oscar-Kategorie, wo ich wirklich alle Filme gesehen habe, alle Nominierungen gesehen habe. Ich fange doch mal negativ an. Wie zum Teufel kann er in dieser Kategorie Black Panther irgendwie nominiert sein? Das ist dieses typische Marvel-CGI. Wir haben Zeitdruck und müssen das hinschludern, weil die nächste Serie um die Ecke kommt, CGI. Ah, bin ich mir nicht sicher. Avatar ist natürlich schön, der hat mir ein ganzes Geld reingesteckt. The Batman war auch super stylisch. Im Westen nichts Neues habe ich ein Making-of geschaut. Was dann doch alles da drin ist, das denkt man gar nicht. Wie viel Arbeit dahinter steckt, genau wie bei Top Gun. Aber ich glaube, wenn das denn die Personen, die die abstimmen dürfen, in einem großen Kino auf der großen Leinwand gesehen haben, werden sie wahrscheinlich ihre Stimme Avatar geben. Ja, Avatar sehe ich erst morgen, also noch vor den Oscars, aber eben nach der Aufnahme mit einer Freundin, da freue ich mich schon mal drauf, mir das zu gönnen. Aber genau, ich habe Avatar und The Batman nicht gesehen. Das heißt, meine Auswahl ist eher beschränkt. Black Panther wäre es für mich auch nicht. Und das andere Mal ist halt irgendwie so, was sich auch durchziehen wird, Kriegsfilme, die gegeneinander stehen. Letztlich würde ich wahrscheinlich Top Gun schon sagen, also für Spezialeffekte haben die sich wirklich Mühe gegeben. Und da sie bei der Kameraführung nicht nominiert sind, würde ich ihnen hier eben, ja, was zuwerfen. Weil, wie sie halt eben die Kameras und Cockpits eingebaut haben, die von den Schauspielern selbst ausgelöst werden und sowas, ist schon sehr, sehr, ja, effektreich und komplex. Und eben auch, ja, Visual Effects, die durch einfach eine reale Kamera oder Flugzeug entstehen, das finde ich durchaus relevant und gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass einfach Avatar gewinnt, weil James Cameron und Spezialeffekte und so, ja. Dann scroll einfach mal zur nächsten Kategorie, die dich interessiert. Also wir müssen jetzt nicht alles durchspielen. Wenn du bei irgendwas nichts weißt, einfach dann immer das, was du interessant findest. Achso, ja, cool. Ich finde Kostümdesign tatsächlich interessant. Dann gehen wir zu Kostümdesign. Ich muss wieder scrollen. Da, ich habe es gefunden, genau. Ja, da haben wir Miss Harris, Girls to Paris. Dann haben wir Everything, Everywhere, All at Once. Elvis, Black Panther, Wakanda Forever und Babylon. Puh. Also viel Historisches. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie akkurat historisch das ist. Ich folge auf Twitter ja mittlerweile so ein, zwei, drei Accounts, die sich darüber immer lustig machen, dass alles irgendwie historisch falsch ist in den Filmen. Was ich aber so mitbekommen habe durch Kritiken und so, ist, dass zum Beispiel Babylon und Elvis schon sehr aufwendig, also visuell, Kostümdesign mäßig aufwendig gestaltet ist. Ich fand aber ganz interessant tatsächlich Everything, Everywhere, All at Once. Einfach weil, dass ja viel Bildsprache drin ist. Die Kostüme haben quasi auch eine Bedeutung, ohne dass die Figuren was sagen. Ja, Black Panther, ich bin kein Freund von diesem Film, vom zweiten Teil, aber wir haben jetzt überhaupt einen Oscar bekommen, weil es ist schon ein schöner Film, nur nicht super gut. Könnte eigentlich auch da, weil ich mag schon diese afrikanischen Kostüme, sehr detailreich, sehr abwechslungsreich, die so ein bisschen zeigen, was so alles afrikanisch geht. Ja, doch, da kann man das auch mal geben. Ja, Afrofuturismus belohnen finde ich prinzipiell gut. Ich wäre auch bei Everything, Everywhere, All at Once eben aus den selben Gründen, wie du genannt hast, dass es eben wirklich die Figuren, ja, mit ihren Kostümen was aussagen lässt und gleichzeitig eben auch die verschiedenen Parallelwelten deutlich macht. Bei denen, um die es in den Filmen geht, geht es halt so ein Multiversumsfilm. Und dabei eben die Kostüme auch mit als Erzählmittel verwendet. Und ja, sowohl Elvis als auch Babylon sind halt überhöhte Abbilder ihres Zeitalters. Um Akkuatess geht es mir da sowieso nie, aber ich wäre für Everything, Everywhere, All at Once in diesem Punkt. Jetzt sind wir uns wieder nicht einig. Also, vielleicht finden wir jetzt mal eine Kategorie, in der wir uns einig sind. Ja, würdest du drauf wetten, wo wir uns einig wären? Ich habe jetzt zu schnitten und habe gar keine so gesteigerte Meinung. Hast du da auszumesprechen? Nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Da bin ich nicht tief genug drin in der Filmmaterie. Gut, bei Best Make-Up möchte ich nur sagen, ich möchte nicht, dass The Vale gewinnt, weil ich finde es unangenehm, wenn Fetsuits verwendet werden, um ja, halt irgendwie einen sehr dicken Charakter darzustellen. Und das braucht keine Nominierung dafür. Andererseits ist es doch die große Chance. Ich habe immer das Gefühl, bei den Oscars, sobald sich eine hübsche Person hässlich macht, bekommt sie automatisch einen Oscar. Ja, ich gönne sicherlich Brandon Fraser alles, aber es muss ja nicht jedes Projekt, in dem er beteiligt ist, eben Punkte bekommen. Und nee, wäre ich gegen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich für irgendwas speziell wäre, aber ich bin auf jeden Fall dagegen. Im Westen nichts Neues, nutzt auf jeden Fall Make-Up ganz gut, um einfach zu zeigen, wie runtergerockt diese Soldaten am Ende sind. Ja, dann nehme ich mal eine Kategorie. Ja, bitte. Vielleicht eine, wo ich auch denke, dass wir uns einig sein könnten. Und zwar Beste Animationsfilm. Da haben wir Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. Pinocchio, Das Gute von Del Toro. Muscle, The Shell, We're Shoes On. Rot, ich dachte immer, Rot ist letztes Jahr schon nominiert geworden. Na gut. Und Das Seeungeheuer. Ja, Pinocchio. Da muss man gar nicht diskutieren. Eindeutig Pinocchio. Ja, schon. Es ist schon ein guter Film. Ich würde mich nicht drüber ärgern. Ich bin da diesmal gar nicht so stark mit irgendeiner Meinung versehen. Ich würde es, glaube ich, den meisten gönnen. Ich habe Marcel nicht gesehen. Kann ich nicht beurteilen. Aber alles andere sind gute Filme. Ja. Ich bin am überraschtesten, dass Puss und Boots ein guter Film ist. Aber ja, für das Handwerk, Guillermo Del Toro. Das fand ich ja ganz interessant, dass quasi fast zeitgleich der Disney Pinocchio und der, ich sage ja irgendwie Pinocchio, nicht Pinocchio, aber ich sage immer Pinocchio, von Del Toro kam. Und wie du im Prinzip denselben Stoff so unterschiedlich interpretieren kannst, also nicht nur qualitativ, sondern auch generell inhaltlich, das war schon wirklich interessant zu sehen. Ja, ja. Hast du zu Production Design Meinung? Ich gucke vielleicht mal. Production Designs, Production Designs, Szenenbild. Ich finde die Kategorie gar nicht auf der langen Liste. Ja, halt Sets und so. Ich finde sie trotzdem nicht. Warte mal. Die ist unten bei Sound und Cinematography und so. Achso, warte mal. Ich bin aber in der Deutschen, warte mal. Sag mir einfach mal und ich sage dir dann was, was ich finde. Ja, was sagst du zu Best Production Design? Hast du da Meinung? Nominiert sind im Westen nichts Neues, Avatar, Babylon, Elvis und The Fablemans. Da habe ich nur zwei von gesehen. Da würde ich fast sagen, also wie gesagt, ich habe nur zwei gesehen, aber ich meine im Westen nichts Neues. Die haben sich da schon sehr viel Mühe gegeben tatsächlich, irgendwie den ganzen Ersten Weltkrieg nachzubasteln mit Gräben und allem drum und dran. Ja, ich finde Mühe soll belohnt werden. Ich glaube klar, alle Filme haben Mühe gemacht und musst dir alles irgendwie hübsch machen und so, dass es so aussieht, wie es aussehen soll. Aber den ganzen Kriegsvorplatz nachzustellen mit Gräben und Bunkern und allem drum und dran. Ja, man kann auch mal ein bisschen Mühe belohnen, finde ich. Im Westen nichts Neues. Ja, also gut. An Mühe hat es bei Babylon auch jetzt nicht gemangelt. Und ja, ich möchte halt auf Hauptsache nicht, dass Voyager Water gewinnt. Einfach, weil das so ein digitaler Film ist. Also, ja, bestimmt ist da auch ein cooles Design reingeflossen, aber ja, ich wäre mit allen anderen zufriedener. Ich habe jetzt letztens gelesen, es gäbe in dem ganzen Film von drei Stunden nur zwei Szenen, die quasi nicht digital gedritten worden sind, sondern mit echten Menschen, die echte Sachen machen. Das ist die Zukunft offensichtlich. Ja, gut. Hast du Musikkategorien Meinung? Diesmal habe ich tatsächlich nicht die Zeit gefunden, mir die Musik anzuhören. Gut, dann springen wir. Ja, weder Song noch Musik anzuhören. Es ist, ich meine, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt. Es ist manchmal schwierig ins Kino zu gehen, wenn zu viel Stress und alles ist. Schön, dass diesmal viele Streaming-Filme nominiert sind. Sonst hätte ich wahrscheinlich überhaupt nichts sagen können. Also, ich bin dieses Mal tatsächlich bei den ganzen Sachen raus. Du erleuchte mich bitte. Ich wäre jetzt auch jetzt nicht so, dass ich da unbedingt ganz starke Meinungen zu habe, was die Musik angeht. Best Song halt irgendwie für den Moment ist natürlich NATO-NATO aus RRR ein Banger. Ich schaue mir gerade die Kategorie an. Und ich meine, ich habe ja wenigstens drei von diesen fünf Filmen gesehen. Und ich erinnere mich an überhaupt nichts mehr irgendwie, was musikalisch ist. Also weder irgendwie Lift Me Up bei Black Panther, und den habe ich, weiß ich nicht, gesehen vor zwei Wochen oder so, noch Hold My End bei Top Gun oder This Is Alive von Everything Everywhere All At Once. Und ich meine, ich erinnere mich an alles an diesem Film, aber nicht mehr an das Lied. Und ja, genau, Kurzfilme sind entsprechend auch raus, vermutlich, und Dokumentationen. Ja, wobei ich habe zumindest einen Trailer gesehen, und der hat mich total fasziniert. Nämlich Fire of Love, aber wahrscheinlich ist das jetzt kein großer Spoiler für Leute, die Wikipedia kennen, oder die den Film gesehen haben, oder den Trailer gesehen haben. Ja, am Ende sterben die Leute, und ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu traurig, auch wenn der Trailer gut aussah. Ja, dann, bester internationaler Film. Uh, was haben wir denn schönes. Da sind natürlich wir nominiert, und als guter deutscher Patriot nehme ich natürlich im Westen nichts Neues. Das ist die Botschaft, die du aus dem Film mitnehmen solltest, auf jeden Fall. Genau, die Botschaft des Films hat perfekt bei mir verfangen. Genau, dann gibt es, äh, Argentina 1985, Close, Io, und, äh, The Quiet Girl. Viel 80er-Jahre-Kram. Hm. Ich fand, äh, hier, Argentinier, äh, Argentina 1985 auch, äh, auch gut, aber wahrscheinlich, also ich rechne zumindest damit, dass im Westen nichts Neues gewinnt, einfach für den Aufwand. Ja, genau. Also dieses, Leute, Leute lassen sich mal beim Bass, glaube ich, beeindrucken. Genau, wie wir es vorhin beim Szenenbild hatten, wobei, wir kommen ja nachher noch zu den ganzen nominierten Filmen, zu den besten, äh, nominierten Filmen, und da werde ich dann sagen, dass mir im Westen nichts Neues nicht gefallen hat. Ja, dann lass uns das aufbewahren, ähm, ich würde über die Drehbücher auch fast hinweggehen, außer, dass ich mir sagen möchte, dass ich mir wünsche, dass Glass Onion gewinnt. Ah, nee. Nee, das war nicht gut. Doch, das war ein hervorragender Film. Er hat den Moment so gut eingefangen. Also, wenn du dir die Dialoge anguckst und die Charakterzeichnung. Ah. Das ist doch, also... Ich meine, ich habe mit den Lehrern im Podcast drüber gesprochen, ähm... Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt Oscar... Also, Rian Johnson kann schön den Drehbuch verschreiben, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das war eher der Schwachpunkt des ganzen Films. Ja, ja, ja. Andererseits, ich meine, im Konkurrenz hat sowas wie im Westen nichts Neues, was jetzt kein gutes adaptiertes Drehbuch ist, und Top Gun Marrowick, das ist ja nur, weil irgendwie, ähm, Fortsetzungen automatisch adaptiert sind. Und, ja, Top Gun Marrowick ist jetzt auch, wenn wir ehrlich sind, kein gutes Drehbuch. Also, das ist einfach nur Flieger, die rumfliegen. Das ist ja irgendwie eine ganz komische Kategorie eigentlich. Ja, ich, also ich bin auch überrascht, wer da alles nominiert ist. Woman Talking habe ich jetzt leider nicht gesehen. Das würde ich, wahrscheinlich könnte ich das auch gewinnen. Nee, aber ich finde halt, Glass Onion, dadurch, wie gut die Dialoge sind, und halt eben, wie sehr sie den Zeitgeist einfangen, wie es aufgebaut ist, das würde ich halt würdigen. Also, ohne den, ohne das Drehbuch hätte der, dieser Film nicht funktioniert. Das ist ja nicht so, als ob das alles improvisiert wäre, sondern das ist eben, ja, relativ präzise geschrieben alles. Jetzt kommen wir schon zu den wichtigen Kategorien tatsächlich. Ja, findest du, also ich finde Set Design und Make-up wichtig, aber ja. Okay, was hätten wir denn da schönes? Die beste Nebendarstellerin, da haben wir Angela Bassett in Black Panther, Wakanda Forever, Hong Chao, The Whale, Terry Condon, The Banshees of Inishir, ach, das sind so alles Namen wieder hier, Jamie Lee Curtis und Stephanie Su, beide everything, everywhere, all at once. Ja, also prinzipiell Stephanie Su. Ja, ja, ich glaube, das, das doch, ja, 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 ja. Aber es ist jetzt auch niemand da, dem ich das missgönnen müsste. Das stimmt. Was, was glaubst du, wer gewinnt? Also, ich, vom Gönnen her, halt, wie gesagt, Stephanie Su, aber, ähm. Ich glaube, ich würde sogar Angela Bassett sagen, tatsächlich, weil, ich weiß nicht, ob sie sich die Stimmen wegnehmen, aber Jamie Lee Curtis und Stephanie Su, beide auch aus dem selben Film und ich kann mir fast so ein bisschen vorstellen, dass dann die, die da abstimmen, sich manchmal denken, wir geben doch nachher schon irgendwie besten Filmen, die ganzen Stimmen, dann können wir ja wenigstens mal einen anderen Filmen, um uns wieder ein bisschen divers zu zeigen, vielleicht doch mal Black Panther noch irgendwie einen Oscar zu geben. Ja, warum ist eigentlich The Woman King nicht nominiert, statt Black Panther? Vielleicht zu klein. Wir wissen ja, dass Oscars immer so funktionieren, dass du erstmal viel Werbung dafür machen musst und, ähm. Ja, ja. Ich meine, ich meine, sind wir ehrlich, Disney hat ein bisschen mehr Budget. Kommen wir noch zu, nämlich bei Beste Schauspielerin. Okay, dann gehen wir gleich von der Nebendarstellerin zur Schauspielerin. Ja, weil eben Andrea Riceborough sich ja praktisch nur durch Connections da reingeschlichen hat mit To Leslie. Das habe ich gelesen, ja. Habe ich auch nicht gesehen, aber ansonsten Cate Blanchett in Tar, richtig gut. Anna de Amas in Blond, äh, ich möchte nicht, dass Blond irgendwas gewinnt. Sie musste nachsynchronisieren, weil ihr Akzent zu stark war. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Dann Michelle Williams in The Fablemans, auch. Irgendwie würde ich aber ganz, ganz klar, Michelle Yeoh, für Everything Everywhere All At Once halt. Ich glaube, alle gönnen es ihr irgendwie. Es ist der Moment. Und es wird sich, egal wer sonst gewinnt, so anfühlen, als wäre da eben eine Chance vertan worden. Da gehe ich mit. Und das ist ja auch eigentlich ein kleiner Film, also, so vom Scope her. Everything Everywhere All At Once, ja. Stimmt. Jetzt widerlegst du doch mal eine Theorie von der großen Geldmacht von Disney, na gut. Ja, also, die existiert sicherlich. Aber ich wollte halt eigentlich auch ein Shoutout an Roman King geben, weil halt eben, wenn man einen Film über eben so afrikanischen Kampf und so etwas gegen Kolonialismus oder Geschichte oder Kultur haben möchte, dann ist das halt ein Film, der dieses Jahr existiert hat. Da muss man sich nicht so ein liberales Fantasie-Black Panther ausdenken, anstatt, ja, sich eben dem Stoff zu nähern. Aber gehen wir einfach weiter zu bester Nebendarsteller. Genau. Da haben wir Brandon Gleason für The Banshees of Indie-Shirin. Oh Gott, das ist ein schweres Wort. Brian Tyree Henry Corsoway, Judd Hirsch, The Fablemans, Barry Keohu... Oh Gott, das sind immer so alle schlimme Worte. Auch wieder Banshees Blah und Kehui Kwan, Everything Everywhere All At Once. Och, den fand ich super. Ich glaube, ich möchte Kehui Kwan haben. Ja, Brandon Gleason ist halt im Zweifel eigentlich der zweite Hauptdarsteller in dem Film. Also Nebendarsteller ist schon sehr gelobt so oder sehr in die Kategorie geschoben, was es ein bisschen unfair macht, da aufzutreten. Ja, ich bin halt auch für Kwan. Dann Hauptdarsteller haben wir ja Austin Butler, Elvis, Colin Farrell, Vida Banshees, Brenton Fraser, The Whale, Paul Meskel, Aftersun und Bill Nighy, Living. Oder bin ich da raus? Tatsächlich. Ja. Da habe ich gar keinen Film gesehen, nicht Kunstbanause. Du hast es keinen von gesehen. Okay, ja, ich habe auch zu wenige gesehen, aber es werden auf jeden Fall nischige Filme, aber das ist bei uns, wo man Aufwand betreiben muss, um sie zu sehen, nominiert. Ich gönne Brandon Fraser ja alles, habe ich gesagt, aber die Fatsuit-Rolle, ob das jetzt sein muss, aber prinzipiell, ich würde es ihm gönnen. Bill Nighy, warum nicht? Ich glaube, das ist so ein gutes Lebenswerk. Ich bin nicht überzeugt. Austin Butler, ja, irgendwie schon, aber es ist halt eine Elvis-Imitation, die hat man auch schon besser, schlechter gesehen. Dann haben wir noch zwei Kategorien. Mhm. Welche möchtest du denn zuerst? Wahrscheinlich Regie, weil dann kommt erst die ganz große XXL-Kategorie. Ja. Okay, beste Regie Todd Field für Tar, Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything, Everywhere, All at Once. Martin McDonough für wieder Benchies, Ruben Östlund für Triangle of Sadness und Steven Spielberg für The Fablemans. Ich glaube, der Spielberg ist auch schon zum hundertsten Mal irgendwie für den Oscar. Ja. Er hat auch schon bestimmt ein paar gekriegt, zwei oder so. Ja. Ich gucke einfach mal nach so lange, während du erzählst. Ja, ich mochte The Fablemans aber eigentlich. So, aber schauen wir mal. Da hätte er gewonnen. Ui, 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 der Streber, der braucht keinen vierten. Ja, 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 The Fablemans ist halt ein sehr biografischer Film. Das weiß ich zu schätzen. Finde ich, äh, ja, eigentlich auch sympathisch irgendwo. Aber ja, er braucht sich unbedingt prinzipiell die Daniels zu würdigen. Ja, kann man mal machen. Ja, kann man machen. Ja, also eigentlich finden wir Everything, Everywhere, All at Once in allen Kategorien gut. Das ist, äh, auf jeden Fall. Das ist offenbar und sage Promis hier. Auf jeden Fall. Und dann Trommelwirbel. Trommel, 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 Trommel. Bester Film haben wir. Eine ganze Latte. Nämlich die Aussprache. Avatar The Way of Water. Wir Banschies, was ich nicht aussprechen kann. Elvis. Everything, Everywhere, All at Once. Die Fablemans. Im Westen nichts Neues. Tar. Top Gun, Marrowick. Und Trangle of Sadness. Und ich muss zumindest zum Beispiel bei Top Gun sagen, obwohl ich ihn sehr, 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 sehr mochte. Und tatsächlich auch, muss ich es beim Westen nichts Neues sagen. Wie haben sich denn diese Filme da reingeschmuggelt? So geil sind die nämlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Es ist halt gerade im Moment. Also, es gibt halt mehrere Filme hier, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Also Badges of Inishiran auch. Halt auf einer mehr symbolischen Ebene. Du hast es nicht gesehen, oder? Ich wollte ihn sehen, aber an dem Tag, als ich entschieden habe, dass ich ihn sehen will, war der letzte Tag, wo überhaupt im Kino lief im Umkreis. Aber tatsächlich, der kommt ja irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem die Oscars waren, auf Disney Plus, wenn ich mich nicht irre. Und ich werde ihn mir am ersten Tag angucken gleich. Ja, also in dem Film geht es halt um den irischen Bürgerkrieg. Es spielt auf einer Insel vor der Küste. Man kriegt halt mit, dass da Bürgerkrieg ist, aber ohne eben wirkliche Kriegsbeteiligung. Aber eben, wie die Figuren miteinander interagieren, erlaubt die Interpretation, dass es eben da auch, ja, um diesen Bürgerkrieg und seine Ursachen und eben den Umgang damit in der irischen Geschichte geht. Also wir haben das als einen Film, der eben Bürgerkriegsmomente beschreibt. Dann eben natürlich, weil halt gerade Krieg irgendwie drin ist, ein Antikriegsfilm. Also der Klassiker des Antikriegsfilms in einem Remake. Und dann halt Top Gun, der halt einfach komplett die Reagan-Ära wieder herholt und eigentlich Kriegspropaganda ist. Also ich konnte den Film nicht genießen, das hat mich die ganze Zeit geärgert, wie es so ist. Dann haben wir halt eben so Oscar-Bait-Dinge, wie eben, also eigentlich prinzipiell Elvis so. Ja, die Fablements eben auch, Filme über Filme machen, kann man immer mal bringen. Avatar ist da, Tar als Charakterstudie. Triangle of Set ist leider nicht gesehen, aber auch Charakterstudie oder Momentaufnahme. Und ja, Women Talking eben, es geht um Missbrauchserfahrungen und deren Verhandlungen in der Gesellschaft. Also auch etwas, was den Moment in der Zeit abbildet und dann halt everything, everywhere, all at once. Also auch fantastisch, aber auch nicht die einzige, die nominiert ist. Und eben, ja, auch die Frage, was hätte anders sein können im Grunde als Film. Ich bin immer so ein bisschen negativ irgendwie. Ich könnte von den ganzen Filmen sagen, wo ich mir denke irgendwie, was hat er denn in dieser Kategorie verloren, wenn wir ehrlich sind. Das sind drei Stück, wo ich mir das denke tatsächlich. Also, um es kurz zu fassen, ich kann dir nicht sagen, was ich tippen würde, wer irgendwie den ersten Platz macht. Weil da zu viele gute Filme dabei sind und auch ein paar, die ich nicht gesehen habe. Ich glaube, wir sind uns wieder einig, wenn wir jetzt wieder sagen, everything, everywhere, all at once. Wo ich mir bei drei Filmen sage, was machen die denn überhaupt hier? Ist einmal natürlich Avatar, the way of water. Ja, der ist wieder erfolgreich und ja, er sieht toll aus und bla 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 bla. Aber sind wir ehrlich, die Story ist halt echt nicht gut und noch schlechter als im ersten Teil. Nein, also ich fand tatsächlich den zweiten Teil sehr enttäuschend im Verhältnis. Dann Top Gun Maverick. Also, ich liebe diesen Film, aber das hat auch nichts mit dem besten Film zu tun. Das ist halt irgendwie quasi ein sehr schöner Actionfilm, aber nichts, was irgendwie in Kategorie bester Filme gehen sollte. Und dann, also, ich habe vorhin noch einen Witz gemacht über Patriotismus. Ganz ehrlich, wenn wir nicht gerade einen ganz schlimmen Krieg hätten in Europa, wäre dieser Film auf bei keinem Filmpreis der Welt irgendwie als bester Film nominiert. Weil der ist nun wirklich nicht so gut. Echt nicht. Das ist halt ein Kriegsfilm. Das ist ein Kriegsfilm, der halt sagt, übrigens ist Krieg scheiße. Aber das hat auch nichts mit bester Film zu tun. Er zeigt ja als Prozess, dass Krieg scheiße ist. Also, es geht halt nicht nur, er zeigt ja nicht nur, wie ein Soldat das erlebt, sondern es beginnt ja direkt mit der Kriegsmaschinerie. Also, wortwörtlich, dass eben die Uniformen wieder gewaschen und dann neuen Leuten ausgehändigt werden. Das ist halt schon so eindrucksvolle Bilder, die da entstehen. Also, bester Film, weiß ich nicht, aber... Also, ich glaube, du tust da einen sehr guten Punkt ansprechen. Diese erste Szene, wo quasi der erste Schlacht ist und dann wird die Kleidung von den Gefallenen wiederverwendet und die nächste Generation nimmt diese Kleidung quasi mit. Das irgendwie, das weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten, nominiert für einen Oscar als bester Kurzfilm. Ich wäre komplett mitgegangen und es wäre für mich wahrscheinlich der beste Kurzfilm in den letzten zehn Jahren gewesen. Aber der komplette im Westen ist neues Film. Nee, nee, der ist nicht gut. Echt nicht. Ja. Was ist denn für dich der beste Film des Jahres tatsächlich? Also, unabhängig davon, dass es nominiert ist. Hast du einen? Uff, jetzt müsste ich echt überlegen, was für mich der beste Film des Jahres wäre. Aber, ja gut, ich kann ja auch wieder mehr schneiden. Ich muss jetzt mal schnell bei Twitter gucken, was ich geschrieben habe. Was für mich der beste Film des Jahres war. Wenn du dir nicht widersprichst. Ich würde wahrscheinlich sogar The Batman irgendwie ganz weit vorne nehmen. Du kannst kurz erzählen, während ich kurz eintippe hier bei Twitter in die sehr, sehr schlechte Suchfunktion von Twitter. Ja, ich bin mir halt auch unsicher irgendwie. Also, von diesem Film, ja, everything, every all at once möchte ich schon, dass sie gewinnen. Aber es hat mich am Ende halt auch irgendwie, also, ja, es ist ein Film, aber ich wünschte, ich hätte einen Film, den ich noch besser fände. Irgendwie war es für mich nicht so, dass das Film ja gewesen, das mich wirklich bewegt und mitgenommen hat. Ich meine, ich sehe gerade, wenn ich mir das hier so durchgucke, was mir die Twitter-So-Funktion anzeigt. Ich habe tatsächlich im Verhältnis recht wenige Filme gesehen. Ich habe sehr viel mehr Serien geschaut. Das Erste, was ich jetzt sehe, wo ich tatsächlich geschrieben habe auf Twitter, dumm, aber grandios, Ausrufezeichen, 1,11, Note 1, ist Bullet Train. Ja, also, am meisten Spaß hatte ich dieses Jahr, oder letztes Jahr mit Glass Onion, glaube ich. Aber es hat nur das halt, ja, macht es den besten Film, mit dem ich am meisten Spaß damit hatte? Das ist die gute Frage. Genau, Sina ist auch beeindruckend gewesen. Ich hätte, glaube ich, noch, ich muss, ich sehe gerade, Everything, Everywhere, All at Once, habe ich auch Note 1 gegeben. Also, offensichtlich fand ich ihn doch sehr gut, ja, ja, ja. Das ist auch 2022 erschienen, sehe ich gerade. Also, nicht bester Film, aber für den Michael Bay Film, auf jeden Fall der beste von allen Michael Bay Filmen, ist tatsächlich Ambulance. Ja, unterschätzt. Ja, total unterschätzt. Also, Ambulance wäre für mich beste Kameranominierung gewesen. Ja, aber, goldene Himbeere für bester Schnitt. Also, wie man so dynamische Szenen zerschneiden kann, hat mich sehr traurig gemacht. Ich sehe gerade, jetzt beim Durchgucken, The Batman habe ich auch eine 1 gegeben. Also, ich glaube, The Batman würde ganz schön weit vorne sein, habe ich das Gefühl. Ja, aber eigentlich, Everything, Everywhere, All at Once, ist am Ende das, was uns hier geistert hat dieses Jahr. Oder auch das Beste, was uns angeboten wurde, je nachdem, wie man es beurteilen will, aber... Ich glaube, das Beste, was uns angeboten wurde. Ja, also, bei mir ist es halt einfach, es ist nicht exakt mein Humor, was sie da machen. Es ist schon unterhaltsam, es ist gut gemacht alles, ich mag die emotionalen Momente, aber es ist einfach nicht mein Humor. Ja, und er ist, glaube ich, einen Tick lang. Also, es gab so eine sehr kurze Phase gegen Ende hin, wo ich dachte, jetzt könnte man eigentlich auch mal ein bisschen Hinne machen. Das hatte ich zum Beispiel bei The Batman nicht, obwohl The Batman ja irgendwie doppelt, nicht doppelt so lang ist, aber ich glaube, über eine Stunde länger ist. Also, ja, wenn ich jetzt überlege, im Vergleich fände ich The Batman sogar noch besser, aber ich könnte völlig davon leben, von den Nominierten, dass Everything gewinnen würde. Ja, Batman ist ja auch gar kein bester Film nominiert. Genau, deswegen, aber wenn er nominiert wäre, dann wäre er für mich noch besser. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich nicht die Energie hatte, sozusagen für noch einen Batman-Film irgendwas zu riskieren. Aber ihr solltet es gucken, der ist gar nicht schlecht, tatsächlich. Ja, wenn er mir unterkommt, werde ich ihn mir ansehen. Ja, ja. Also, ich meine, wir leben ja in einem Zeitalter, wo aller zwei Monate bei Amazon zum Beispiel eine 99-Cent-Aktion ist, wo du dir leihen kannst irgendwie. Ja, klar, klar. Ja, dann haben wir das im Prinzip durch. Dann machen wir doch noch einen ganz kleinen Rausschmeißer, wo ich weiß, dass dann wirklich auch alle HörerInnen abschalten und nicht bis zum Ende dranbleiben. Der ESC-Vorentscheid war, was glaubst du, wie sind unsere Chancen? Was ist so mittel? Das ist ja nun überhaupt nicht meine Musik, diese Band, deren Namen ich mir vergessen habe. Irgendwas mit Lord oder so, keine Ahnung. Lord of the Lost heißen sie. Lord of the Lost. Aber das ist von allen Bands, die ich im Vorentscheid gehört habe, die Band, wo ich mir am hundertprozentig sichersten bin, dass wir nicht den letzten Platz machen. Ja, irgendwer wird auf jeden Fall dafür stimmen. Also, ja, da bin ich mir auch sicher. Ich bin sogar heute mal ganz optimistisch, einfach aus meinem Gefühl heraus und weil ich gute Laune habe, weil wir miteinander gesprochen haben. Ich sage, wir schaffen sogar Platz 15. Nicht mal einstellig, aber ja, nee, das ist... Also, wahrscheinlich revidiere ich meine Meinung, wenn ich die beiden Vorentscheide geschaut habe und dann denke ich mir so, oh, okay, okay. Ja, gut, vielleicht schaffen wir Platz 20, aber jetzt sage ich einfach mal Platz 15. Ja, ich habe mich mit den anderen noch gar nicht so eingehend beschäftigt. Ich habe mitgekriegt, dass es bei Polen halt viel Drama gab, weil hier der Sender wohl eingegriffen hat in die Nominierung. Ich bin ganz froh, dass es ein bisschen Vielfalt gab. Ich hatte beim letzten Jahr ja mit einem ESC-Experten ein Interview im Podcast und da war ja alles gleich damals. Und diesmal war ja ein bisschen doch durchgemischt, auch die Musikgenres. Hätte es jetzt Icke Höftgold gebraucht? Nein, natürlich nicht. Das war auch nicht gut. Aber von allen ananomierten Liedern, da war schon eine gewisse Bandbreite drin. Und deswegen, ja, es wird besser. Hoffentlich. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen erfolgreicher sind, wie gesagt, Platz 15 würde mir persönlich schon ausreichen. Und der NDR sieht, hey, es bringt vielleicht doch mal was, nicht da nur Popschlager hinzuschicken. Dann könnte es eventuell sogar mal irgendwann gut werden wieder. Ja, der Moment für sowohl die Kassierer als auch Electric Cowboy ist halt leider vergangen. Leider, ja. Ich investiere mich halt immer so emotional, wenn man versucht halt Leute da hinzuschicken. Aber ja. Ich glaube, wir haben das geschafft, was ich nicht machen wollte. Nämlich, dass die Folge jetzt zumindest in der Hochaufnahme länger ist als die letztjährige Folge. Mal schauen. Aber ich werde es noch schaffen, die zu schneiden, bevor die Oscars sind. Natürlich, die letzte Frage tatsächlich. Jetzt haben wir eh alle schon abgeschaltet, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Wirst du denn die Oscars schauen? Wenn ich die Gelegenheit habe, ja. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass ich reinschalte. Bei mir ist es so, dass die Oscars einer der wenigen Momente im Jahr sind, wo ich meinen Dienstplan danach abstimme. Und ich habe mir Nachtbereitschaft gewünscht und habe es auch bekommen. Das heißt, wenn ich gerade irgendwie jemanden Herzinfarkt haben sollte, kann ich die Oscars schauen. Und da bin ich in großer Vorfreude auf diese Nachtbereitschaft. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Meinung und wünsche dir ein wunderbares, ja, ein wunderbares Oscar-Wochenende. Denn das ist er jetzt. Ja, vielen Dank, dir auch.